Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück aufs Lucian Live. Der nächste Part mit diesem Wert-Card in der Freestyle vom Boss. Lasst Liebe da bitte, fangt mich auf, weil das echt, das ist, das geht an die Substanz, sag ich echt mit dem Card. Es geht an die Substanz, es ist geisteskrank. Kommentieren, bewerten, nicht vergessen, Abo rausschmeißen, würde mich sehr freuen, Liebe und ja, das geht. Ja, 200, aber 200 könnte auch... 200 könnte auch funktionieren, ne, 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 es ist vorbei, es ist dieses Card, ne, es ist der Ur-Wert, es ist der Wurzel, die Wurzel allen Lebens, ist das geisteskrank. Ja, also, ach, Digga, diese beiden Namen, respektlos. Wirklich. Wir müssen mageln hier mal. Ja, also. Also, ich bitte euch, ich bitte euch, das Ding ist absolut zum Vergessen hier. Vielleicht wenn Blitz kommt. Ja, durch drei Pilze. Ja, ja, perfekt, wieder kein Pilz. Ja. Das wäre, ich kann das, ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht loslassen. Oder? Oder? Wartet, Chat. Wartet. 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 Blitz. Das ist krass, ist das krass. Wow. Ah, es wird das ein Elfter. Ah, es ist hinter. Beuter. So, let's get it. Irgendwie. Es muss doch irgendwie. Haupi holt da mit der hinten Back-to-Back, ne? Das ist so. Aber ich habe auch extrem viel Pech. Klar, Hopi, es geht besser als ich, ne? Müssen wir nicht drüber reden, aber. Ich habe auch so ein Pech mit diesem Bastard-Card. Es ist so geist, das kann was hier mal passieren. Ach, guck mal hier, wie er mich da ist. Ach, es ist so, es ist so, es ist so verwirtet. Es ist auf allen Ebenen verwirtet. Und einfach nur zum Kotzen. Es geht einfach nicht. Eben wieder der Geist, da kommt der Blitz. Also, es ist wirklich krank. Geh mal oben längs für die Münzen vielleicht. Ach, ne, wenn du geklaut. Doch nicht. Ah, nimm nur eine mit. Perfekt. Ah, ah, gut. Ah, dann halt so. Dann halt so. Ah, ah, ein Stern, was soll ich damit? Muss ich ausreizen, weil er von mir auch einen Stern hat. Muss beten. Obwohl, jetzt vielleicht, jetzt wäre es. Jetzt wäre es Schmackhoffatz. Okay. Besser wird es hier nicht. Ich muss noch ausreizen, es geht nicht anders. Ah, wieder hinter mir zwei Raketen. Okay, ne Bombe. Okay. Mhm. Okay. Nochmal alles anspannen hier, sage ich. Nicht nervös werden jetzt. Oh mein Gott. Bombe, alles. Keine für den Blauen. Oh, letzte Runde auch. Oh mein Gott. Es wird nicht mehr besser als das jetzt. Also jetzt wird es eigentlich ja besser. Okay, es wird nie. Nein. 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 Okay. Kennen Sie mir. Schicksal, bitte. Spann' alles an, Danny. Mann. Ach, Digga. Warum kommt nicht die Karte, die ich gut spielen kann? Es kommt wieder. Es ist so. Es ist auf allen Ebenen so ein. Es ist so gelassen. Und rein da. Hoch die Schere und rein. Also wirklich. Wirklich. Okay. Ja, ich kann nicht sagen, ich glaube dran. Ich habe heute echt schon viele gehabt. Aber es reicht nicht aus. Ich brauche eine Lobby mit Einnahmen hängen. Dann vielleicht. Okay. Ich bin neunter. Aber es ist... Drei Münzen dazu. Mann, nur Pilze. Mann, das ist die mich wieder. Okay. Lern. Na, tritt bin ich noch eine grüne. Ah! Das war meine grüne. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Äh, wie... Also das... Das ist... Das ist die unendliche Geschichte mit diesem Kart. Ein Stern. Eis. das ist... kenne ich... Aufatori... die Tente. Fick Vater halt, décke. Fick Vater. Ja. Fick Vater. Fick. Äh, es ist... Ja, ich probiere das Wirt-Karte wieder. Wieder Elfter. Wirklich, also was hier passiert, ich heule vielleicht ein bisschen sehr rum, aber ihr seht es ja. Digga, wie viele Runden haben wir jetzt dieses Kart hier gespielt? Seit wie vielen Runden versuche ich mir diesen Kart-Win zu holen? Guck mal hier, die Reihe da vorne an. Guck dir mal die Reihe da vorne an. Das ist so verölt. Das ist so... So gestört. Wirklich gestört. Okay, vielleicht halten wir jetzt... Achso, nicht mitgenommen geschenkt. Perfekt. War genauso geplant. Ich behalte den Stern mal. Vielleicht der Stern hier, der Call, der Lichtblick. Oh nein. Boomer, Angst gehabt. Makete vielleicht. Okay. Oh, ist ein Fünfter. Frag's ungern, aber besser wird's nicht. Aus der Fünfte passen. Nee, erstmal nicht. Stern. Äh. Was? Was? Ich hab's genommen als Geschenk. Was? Ich hab' was. Ich hab' den Knie überfahren. Äh. Pakete oder vorbei? Drei Pilze. Schade. Hätte ich da einen Blitz gehabt, äh, einen Stern gehabt Oder einen Geist Oder hast du noch Nö, nö, hier ist kein Licht mehr, oder Schade, Mann Puh, Alter, was Rakete in der Luft, dann erfährt Ganz komisch, um ihr Geschenk zu klauen Wirklich gestört Ja, okay, alles anspannen Kann auch gönnen, die Karte Kann auch gönnen, aber selten Gar nicht mehr gespielt, auch gefühlt Und dann Ich fahr hier so einen auf, ne Nee Mh, mh 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 Spannend, alles an mit mir Er drängt mich wieder runter Bitte nicht Nicht in der Hände, die Vollkanzel Okay Oh Oh Jetzt Grakt euch hinten an, ich fahr einfach durch Bitte nicht Richtig Abkürzungen Oh mein Gott, einer wird nicht durchgereicht Äh, es wird nicht mehr besser Jetzt wird es, äh, es wird nie wieder besser als das Jetzt oder nie Oh, der eine ist zu knapp hinter mir Jetzt die Runde Nein Warum bekomme ich es nie ab? Oh Vorhin kommen so viele Roten, nicht eine für den Blauen Und jetzt, wo ich wieder die Chance habe, kommt wieder die Zweite Aber gut, ein Pilz Glaube Hast du das falsche Egeiz, ist aber Na, falsche Egeiz Hau dir Egeiz Digga, was stehe ich hier? Ja, bewerten, kommentiert, vergesst, ich bin raus, haut rein Liebe Ja, jetzt geht's